So, Ladies and Gentlemen, moin moin und herzlich willkommen hier in meinem Urlaubsdomizil. Ja, wie ihr seht, sind auch die HSV North Stars und deren Fans weltweit vertreten. Guckst du. Zum Beispiel hier im Hotel Rio Palace Oasis auf Mas Palomas, auf der wunderschönen Trauminsel Gran Canaria. Das soll es auch schon fast wieder gewesen sein. Deswegen grüße ich ganz, ganz herzlich die absoluten hammergeilen Jungs der HSV North Stars, die ihre Spiele in der Halle des Grauens, ja, in der Wiegenkampfhalle Hamburg-Stelling absolvieren und sind momentan Top-Favoriten in der Serie der Regionalliga Nord. Und sage jetzt einfach mal, Jungs, gebt weiter Vollgas, ich zähle auf euch. Und denkt dran, nur der HSV. Das war es von mir aus Gran Canaria, euer Rocky. Bye, bye. Bye. Bye.